Die Detektion von Herzrhythmusstörungen stellt Arzt und Patient immer wieder vor Herausforderungen. Dabei rückt vor allem das Vorhofflimmern als häufigste Rhythmusstörung zunehmend in den Fokus von Medizin und Wissenschaft. Insbesondere selten und unregelmäßig auftretende Episoden sind oft schwierig zu diagnostizieren. Daher wird seit einigen Jahren eine Methodik immer häufiger angewandt, das Tele-EKG. Die GTMED AG hat das Tele-EKG der neuesten Generation, den Physiomem PM100, entwickelt. Der Physiomem PM100 ist ein einfaches, leichtes und handliches Gerät, welches es dem Patienten ermöglicht, zu jeder Zeit und an jedem Ort ein Zweikanal-EKG aufzuzeichnen. Das EKG wird anschließend vollautomatisch per E-Mail an den behandelnden Arzt versendet. Das Tele-EKG kann bei regelmäßiger Anwendung zur Dokumentation von asymptomatischen Ereignissen wie auch beim Verspüren von Symptomen, die auf Herzrhythmusstörungen deuten, zu jeder Zeit und an jedem Ort eingesetzt werden. Der Patient kann den PM100 schnell und einfach bei sich selbst anlegen und direkt mit der Messung beginnen. Dazu drückt der Patient das Gerät mittig auf sein Brustbein, fest auf die nackte Haut. Der PM100 verfügt über eine einfache Einknopfbedienung. Die automatische Datenübertragung startet nach jeder Messung und erfordert keinen weiteren Einsatz des Patienten. Die mit dem PM100 über das mobile Netzwerk übertragenen Daten werden pseudonymisiert an die zuvor definierte E-Mail des behandelnden Arztes weitergeleitet. Der behandelnde Arzt erhält das EKG zeitnah in seinem E-Mail-Postfach. Das Ergebnis kann nun in der Patientenakte gespeichert oder auch ausgedruckt werden. Das Zweikanal-EKG wird in klassischer Form auf Millimeterpapier dargestellt. Außerdem ist die Aufzeichnungszeit sowie die Übertragungszeit zu sehen. Der Arzt hat die Möglichkeit, einen Kommentar oder den Patientennamen in dem dafür vorgesehenen Feld einzutragen. Der PM100 hilft damit gleichermaßen Arzt und Patient, Herzrhythmusstörungen schneller zu dokumentieren, zu diagnostizieren und so eine individuelle Therapie zu beginnen. So kann der Arzt viele Patienten individuell gleichzeitig betreuen. GTMed – Ihr Spezialist für kardiologische Funktionsdiagnostik, Vitalfunktionsmonitoring und Telemonitoring.